Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftsimulator 2017 ja frisch hier in den Tag gestartet äh, ist jetzt 7.59 Uhr gleich gehen die ganzen Schüler hier über die Straße ach nee, gleich fing der Unterricht ja schon an sind schon alle vorbei beim Einpark vom Drescher in der letzten Folge gab's ja kleine Komplikationen und wir müssen jetzt hier vom Hof zum Feld Nummer 19 und der kann ja wohl auch alleine fahren hier, oder? oh, Entschuldigung, da muss ich nämlich noch Überführung hängen, so ups, jetzt mach mal hier ich muss sich um den anderen kümmern ne, man kann einfach raufklicken, wie geil ist das denn äh, ja, auch wieder hier na gut, da haben wir jetzt schon das Problem erkannt so, ähm, wo war er, wo war er, wo war er hier war er noch, ne, doch da so, und jetzt einmal hier rum sammelt er noch ich glaub nicht, ne, leider beim Abschalten Pickup senken so, jetzt sammelt er wieder und Abfahrer einstellen wieder einmal hier weiterfahren dann geht der jetzt auch gleich voll äh, muss er auch im Auge haben so, den können wir hier schon mal entlassen schon mal ausklappen und was sehen wir da was sehen wir da was sehen wir da Gerste, Raps, Flögerbogen ähm, da weiß ich grad tatsächlich nicht, was das ist gucken wir gleich mal wahrscheinlich ist es richtig einfach so man kann es auch im ersten Blick erkennen und ich hab hier grad so zum Teil Ölrettich sehe ich das richtig ja, ich glaube schon Moment mal, kann denn der normale das normale Schneidegebiss hier doch, das ist das, ne ich glaube, das ist das Moment, haben wir davon einen? ne, haben wir nicht dann ist er das nicht mh, bin ich denn hier gelandet? normales Schneidewerke hä, Moment mal ähm, da ja, siehste, der kann das nämlich gar nicht ernten dann müssen wir was anderes nehmen da nehmen wir Gras auf keinen Fall ähm, was ist das? das ist Hafer Hafer, ja kann das der denn jetzt hier das kann der okay, dann pflanzen wir hier mal ganz verrückt Hafer an haben wir noch nie gemacht im Lampenschatzsmulator nicht im Fünftener nicht im ähm nicht im Anderen so hier einmal entlassen wir merken uns, da ist er gerade und den entladen wir jetzt mal so mh Moment, das stimmt nicht so hier sind die Schafe, ne da sind die Schafe, da sind die Schafe ja, machen wir dann eine Halle noch hin? ich würde fast sagen, nein ich würde sagen, jetzt kippen wir zum Stroh dann haben wir alles in einer Ecke ich glaube, das ist besser, ja und ich sag's jetzt hier nochmal so relativ am Anfang wir entschuldigen mich jetzt mal falls sie tun, wo nicht stimmt weil ich kann's nachher oh, wir haben ihn jetzt aber heftig weil ich kann's nachher im Schritt nicht mehr ändern und das ist ja dann ein bisschen, ähm auch unangenehm beim Zug, das machen unsere Reifenhänder jetzt das ist angenehm beim Zuschauen und deswegen falls es so ist, tut es mir leid so , nochmal hier was wir jetzt auf der Stelle abladen nnnn nnnn nnnnn nnnn ah, das ist sowieso falsch so hier abladen muss jetzt mal einstehen jetzt, oder? ah sehr gut Moment Irgendwo stimmt hier gerade nicht. Äh. Warum kann ich hier jetzt nicht... LOL. Jetzt geht's wieder okay. Dirt bug. Äh. Woran lag das denn jetzt? Hatte die das auch schon mal? Mach mir jetzt hier gerade ein bisschen Gedanken nicht, dass das Spiel mir abschmiert. Hier haben wir noch einen Trecker über. Der muss jetzt gleich mal hier den Hänger nehmen und was abfahren. Weil wir haben 16.000 Minus. Schon irgendwie ein bisschen heftiger, als ich mir vorgestellt hab. So. Dann holen wir uns immer das, wovon wir am meisten haben. Ankoppeln. Na komm. Nicht? Gut, dann halt. Oder? So. Ich hab gerade irgendwie eine E-Mail-Wir kommt wegen der Dünnungsbedingungen. Äh. Aber das muss euch nicht interessieren. Weil es wird bald neues Projekt eventuell auf mein Bild geben. Kommt es auf an, was in dieser E-Mail steht. So 16.000 Weizen, 0 Gerste Raps, 14.000, 13.000 Blumen. Äh. So, ich sag euch, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Ich muss jetzt gleich mal neu starten. So, irgendwas stimmt hier ganz massiv nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Ähm. Haben wir hier irgendwie einen Kurs, überführen. Wurf Denton Bakery. Aber wir haben noch keinen, der zurückgeht. Was haben wir jetzt? Raps haben wir geladen. Welche Stelle bringt die denn am meisten für Raps? Oh, was ist hier los? Schafe. Oh, die haben 10% Produktivität jetzt bekommen. Wow. Äh. Wo standen das hier immer? Nein, 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 nein. Hier. Raps ist doch das hier. Da gibt's am meisten bei Goldcrest Pacific Grain. Goldcrest Pacific Grain. Oha. Haben wir sogar schon. Cool. So, hier Überführung. Moment. So. Ich denke, es geht nach rechts, ne? Ah, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, das ist doch das, wo wir so... Ach, ne, das war gar nicht in der Aufnahme. Alles gut, alles gut. So, er schafft es so wohl alleine, oder? Hoffe ich mal. Es geht schon wieder nicht. Was stimmt hier nicht? Ich kann hier nicht wechseln. Die Fahrzeuge. Ich kann jetzt auch nicht gehen. Gleich werde ich wieder irgendwie zurückteleportieren. So, jetzt. Ich sag euch, irgendwas stimmt hier nicht. So, hier kippt der immer noch aus. Auf der falschen Seite. So, auf. Also, so. Ich weiß, hier den Hopschutz hier. Verschoben. So, jetzt geht's hier weiter aufs Feld. Das ist so viel passiert. Weiß ich gar nicht mehr, was ich hier glauben soll und nicht. Manche, ich hab echt keinen Plan, warum das hier jetzt teilweise so rumwackt. So, oh, 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 oh. Hier müsste er unter gewesen. Und da war er, genau. Und da sammelt er uns das wieder schön ein. So, hier die Kollegen, du brauchst nicht auf dem Feld wenden. Äh, gut. Du machst halt. Das geht schon wieder nicht. Irgendwas, ich sag euch, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt muss ich wieder aussteigen. So, nee. Aber ich hab hier 60 FPS, das heißt, es ruckelt auch nicht. So, jetzt. Oha. Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Oh, wir waren schon da. Stopp. Oh, shit. Warum hält er denn dann nicht an? Und das ein Gold-Navid. Stopp, stopp, stopp. So, hier war er und ein Gold-Navid. Da ist es. Hier, es geht schon wieder nicht. Was ist hier los? Habt ihr das auch? Gibt es einen neuen Patch, den ich noch nicht installiert habe? Mann, Mann, Mann. Ich hab echt keine Ahnung, was hier jetzt nicht stimmt. Vor allem, ich hab ja auch kein Standbild. Es läuft ja, ich kann nur halt einfach nicht gehen und die Fahrzeuge nicht wechseln. Ey, was ist denn da? Ja, jetzt schon wieder los, ey. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. So. Irgendwann wieder durchgehende Reifen. Ey, jetzt auch hier. Jetzt haben wir schon wieder wetten. Ich kann jetzt, doch, ich kann aussteigen, aber nichts machen. Oh, Leute, ey. Dann muss ich wohl bei dieser Folge bleiben. Bei der Aufnahme-Session ist es in zwei Folgen geworden. Oder ich starte hier gleich das Spiel, Mann, oder? Ich glaub, das mach ich auch. Also als erstes. So, das wird ja immer schlimmer, ey. Puh. Dann haben wir hier unseren Kurs wieder. Stopp. Ey, ey, ey. Ja, hat er ihn wieder? Hat er, okay. Äh, oha. Der hat sich hier aber ordentlich reingefahren jetzt. So. Ähm, so. Hier, oder? Sieht so aus. So, einmal hier. So, einstellen. So. Was ist mit ihm? Hat er hier keinen Bock mehr, oder? Einfach fertig. Okay. Was sehen wir jetzt auf diesem Feld hier? Das ist eine gute Frage. Und da fährt unser Trecker. Da steht unser Zug. Mann, Mann, Mann. So, hier würde ich sagen, sehen wir jetzt einfach hier ja, normales Weizen. So. Helfer einstellen. Und jetzt einmal hier nochmal umschalten rechts. Was war das noch gleich? Das hier, ne? Nee. Nee, das war's nicht. Hm, umschalten rechts. Das war das noch gleich in der Taste. Nein, 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 nein. Was tust du da? Ach, nee. Dann geht das jetzt ja schon wieder von vorne los. Oh, nee. Dann muss ich ihn kurz hier auf die andere Seite fahren. Aber ihr seht auch gar nicht, weil wir kein Geld haben. Mann, 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 Mann. Da muss ich vielleicht nachher gleich nochmal eine Mission machen. Eieieiei. Eieiei. Ja, ich hab jetzt verstanden, dass er irgendwas durchdringende Reifen hat. Eieieiei. Dass es besser wird, weil wir haben jetzt gar kein Geld bekommen, wenn es richtig ist, oder? Hat irgendwie auch rumgebackt. Eieieieiei. Das ist schon nicht schön. Das ist schon nicht schön. So. Dann gehen wir jetzt einmal in den hier rein. Abfahrer entlassen. Der rückwärts. Der vorwärts. Na. Okay, das wird wohl nix. Einmal warte ich uns ja. Und... Und jetzt machen wir das halt hier selber. So, dann machen wir das eben kurz und selber diese einstreifen hier. Und dann haben wir es. Es ist halt ein bisschen... Bisschen nah, das Häuschen da. Da fahren wir irgendwie alle gegen. Und jetzt müssen wir nur warten, bis das Gras hier nachwächst. Und dann haben wir hier schon mal alle Geräte. So, ich lasse das alles nochmal unten, weil hier hat er ja nicht immer ganz ordentlich gearbeitet. Das hier können wir auch nochmal ein bisschen was mitnehmen, immer. Wir müssen diesen einen kleinen Streifen hier. So. Jetzt können wir so abschalten. Und weiterfahren. Dann laden wir den gleich nochmal ab. Und ich starte gleich das Spiel neu. Und mache eine Mission zwischen den Folgen. Mann, 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 Mann. Ich hab keine Ahnung, warum wir jetzt auf einmal auf 50.000 Minus gerutscht sind. Ich hab... 50.000, das ist das... So toll ist es, um nicht mal ein Feld zu sehen, oder? Da hab ich da irgendwie was falsch verstanden. Oder haben die da irgendwas reingebracht, dieses Update oder so? Also mir ist es auf jeden Fall neu. So. Oh, nein, nein. Oh, einmal falsch eingeschlagen. Schon. Mal es um vorne machen. So. Und jetzt hier rum. Hier haben wir extra noch eine Seite frei. Ach, komm. Das fahren wir zu den Schafen. Hat da keinen Sinn, wenn wir uns jetzt einladen müssen. Dann nachher wieder in irgendeinen Hänger einladen, dann. Mit einem Förderband oder was weiß ich. Ich hoffe, das seht ihr genauso wie ich. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo hier das Gras hinkommt. Upsala. Da kommt Wasser hin. Ich denke mal, hier kommt Gras hin, ne? Oha. Ja. So, jetzt dürften die hier auch produktiv sein. Und gucken. Ja, 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 ja. Das stimmt alles. Spiel speichern. Und ich werde das Spiel gleich neu starten. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn ihr mir eventuell in die Kommentare schreiben könnt, wo dran diese ganzen Bugs liegen. Und dann würde ich mich auch freuen. Wenn ihr meine Website immer besucht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer Jan.